Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Org Mastery 2 Mal schauen, was für die heißt diese Map? Ah, steht da rein, ne? Ey, was ist das da? Ah doch, der steil Ah, da oben war ein anderer Ey, Junge, was ist das da oben? Wie, was ist das da oben? Ja, das da oben. Dat da. Äh, da kommen die Fliegendinge raus, glaub ich. Also die Fliege, die wir den letzten Mal gesehen haben. Jo, okay, dann geh mal weg, Junge, ich hasse die jetzt schon wieder. Ja, es kommt, ja, es kommt Fliegen, ne? Gibt's hier irgendwas, äh, niedriges? Ne, ich glaub nicht. Ja, weißt du, wo ist diese... Achso, warte mal, das will ich auch gucken. Diese Verdrescher-Inmal. Ja, ja, ich hab auch so diese Drescher-Dinger. Aber ich glaube nicht. Wie viel Range haben die denn? Ein, einer ist so scheiße. Ja, welchen Weg gehen die... Junge, ich check die Map gerade gar nicht. Okay, die laufen hier lang. Das heißt, die müssen hier entlang. Okay. Ja, ja. Die kommen von links und rechts. Machen wir die Abwehr insgesamt hier auf? Also hier links und rechts? Ja, ich komme. Ja. Ja, weil sonst müssen wir einmal ganz... Ja, dann baue ich jetzt eher, dann baue ich erstmal hier so ein Ding hin. Laufen die hier rüber? Ich frag mich das, sonst baue ich hier zu mit Barrikaden. Ne, glaub ich nicht. Wenn, da fährt ja mal das Ding oder dann wird ja eh runtergeschlupst. Ja, das ist doch geil. Aber ey, warte, 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 hier kann man ja dieses Ding reinbauen, warte. Barrikaden. Oh, jetzt kann ich schon mal wieder nicht... Alter, jetzt kann ich schon wieder meine Sachen nicht erinnern. Ey, so eine Scheiße. Jetzt habe ich die größte Kacke in meinem Pizza. Und kann sie nicht mehr raus... Nein! Ja, du bist so verharmert, ey. Ja, bitte. Ich weiß. Egal, ähm, dann machen wir das so. So, ich baue jetzt hier einfach meine Feuerfallen auf. Da machen wir auch noch einen hin. Kann ich, ah, die kann ich auch hier implementieren. So, machen wir einen. Na, 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 na. Das da muss weg. So, äh. Oh, die kann hierhin... Wohl. Wollen wir teilweise... Doch, von da unten kommen sie teilweise und von da oben kommen sie in der ersten Way. Ja, ja, jetzt lass starten, Mann. Hast du gebraucht? Aber warte, 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 wo soll... Die Barrikaden haben sich die... Ach, scheiß auf Barrikaden, Junge. Ist ja okay, dann mach ich das mal. Jo, ich weiß. Ich fall schon wieder fast runter, Junge. Ja, starte. Okay. Ich seh nicht auf dein Map. Ah, doch, bei dir. Und ich mach die Flugviecher. Jo, okay, aufgelanderer Schuss, okay. Okay. One-Shot. Wenn ich treffe. Das ist richtig snipen, Alter. Scheiße. Nein, der weicht aus, Junge. Er macht links-rechts-Kombo. Ah, fuck. Zack, zack. Aber guck dir meine Kulize an, halt. Zack, zack. Junge, einfach. Mach noch ein bisschen dicker. Einfach ein dicker Schuss hier drauf. Jetzt nur noch scheiße auf die dünnen Schüsse. Ich zieg nur noch dicke Kinder nach. Boah, ich glaube, ich muss nächste Runde machen. Oh, kleiner, kleiner, kleiner. Ja, ja, der Zug nimmt schon alle mit. Ich mach die kleinen mal eben schnell. Okay, du, 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 du. Ich muss sie gedrückt haben. Also ich kann meinen aufladen. Nein, nein. Ey, die kommen jetzt von der anderen Seite. Ich dachte, die können hier... Oh, hier kannst du auch durchgehen. Das ist ja geil. Okay. Äh. Du, du, du. So, hier mal ganz schnell fallen. Einfach aufstellen. Jetzt kann ich die nicht ab... Oh, komm. Warte mal. Mach mal du die Flugviecher. Du brauchst jetzt eh ewig, bis du bei mir bist. Ja, das war gut. So, alle auf einen Haufen und dann kommt der stärker Angriff dabei. Was kann ich machen, hat der Flächendammelt? Ich weiß es nicht. Die sind halt richtig dreckig. Jungen, wer was nervt. Jungen, die sind einfach nur mega nervig. Egal, Blitze und so. Ähm. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Jungen, 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 jungen. Mit meinem kleinen Kücher wieder alle aufhalten, hier. Ach, da kommt der... Junge, hinter uns. Ja, dann halt auf. Ich mach vor mir. Jungen. Ja, jungen. Ja, ich würde jetzt gehen... Jo, jetzt kommen die starken Orks. Hier, kämpft gegeneinander und lasst mich. Aber ich kämpfe alle gegeneinander. So. Lass da mal den Haufen aus. Jo, ne, man. Das ist doch voll ewig, bis die Kurs sind bei mir. Komm, wieder neu. Junge, junge, junge. Junge, immer fest in der Luft. Lass sie nicht raus. Wieder abkämpfen gegeneinander. Kämpf. Das ist ja, was ich sagen. Alter, ich glaube, wir müssen nächste Runde mal irgendwas Mana-mäßiges von wegen Mana-Dingulationen reinfangen. Ich hab immer kaum Mana. Ja, ich auch. Aber ich glaube, das soll auch so sein, weil die OP sind, die Angriff sind. Hinter dem Portal backt so einer rum. Oh, jetzt bin ich wieder umgefallen. Junge, wie viele kommen denn hier raus? Vor allem immer so eine... In Anführungsstrichen Easy-Dinger. Ja, das ist kein Ding. Das Gute ist, ich... ...nehme sie alle auf ein Haus. Ich mach einfach so ein Fläch und der Mensch dabei. So, komm. So, easy. So, warte, dann baue ich... Ah, hier kann ich die hinmachen. Was? Ah, ja, stimmt. Gut, das mal zu wissen. Wo kommen die denn? Ich hab gar nicht aufgepasst. Oh, andere Seite. Jo, jetzt baue ich hier meine ab. Junge, mein ganzes Geld ist jetzt auf der anderen Seite investiert worden. Ja, okay, der Zug macht das schon allein. Äh, geh mal wieder die andere Seite, bitte. Ja, ich geh ja schon. Du hast ein paar Fallen zumindest für Hilfe. Könnte sein, dass ich dann hier irgendwann Hilfe brauche. Kommt nämlich weit. Die kommen sehr weit. Ja, meine... Ja, noch geht, noch geht. Juge! Easy, Junge. Ey, sag... Junge, das musst du packen. Ich hab da richtig viele Fallen bei dir aufgestellt. Ja, ich hab richtig viele. Ja. Ja, aber... Diese Kacken. Und ich hab hier nur zwei Schwefel fallen, also... Ja, aber da, du hast doch noch was von dir. Aber meine Bräule, ja, dein... Junge! Ich muss nur treib mal die Lage, wie viele. Junge, dieser Drescher, also, okay, Allah. Junge, hilf mir mal! So viel! Wenn der Zwerg stimmt gerade, der steht hier ganz krass. Ja, ich schlug, was ist der Zwerg? Jetzt, wenn der Zwerg steht hier. Doch lebt der. Ja, jetzt ist er tot. Junge! Ja, ich bin bezäumt. Junge, wie viele kommen hier noch? Äh, ich brauch Fallen. Äh... Paladin! Komm her! Halt auf! Paladin! Junge, jetzt hilf mich! Ich traufe! Junge, da kommt noch so ein Dicker, mach mal den Dick weg. Ja! Mach die kleinen Fiefer! Ja, ich bin tot! Junge! Boah! Alter, das sieht man so alt! Junge, der hält wirklich aus! Klopfen wir mal weg! Junge! Junge! Gerade als du deine Liebe gemacht hast. Ey, mach mal dein Zwerg weiter nach hinten. Hinter meinem Paladin. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal... Zack, zack! Junge, Junge, Junge! Guck mal hier wieder so ein Drehstäbchen... Ey, kannst du dein Ding hier mal abbauen? Dann baue ich mich noch eins von weit hin. Was für ein Ding? Na, guck mal her! Ah, scheiß doch auf deinem Ding. Das ist scheiße, Junge. Nein, Junge, dein Ding ist scheiße. Mein Ding ist OP. Ist scheiße. Das ist OP, Junge. Ist okay, ich hab hier noch eins. Nee, jetzt zu spät. Jetzt baue ich das bei mir hin. Junge, hast du dieses abgebaut? Ja. Ja, nee, dann ist mir ganz so fast. Okay. So. Jetzt stehen hier zwei Dinger bei mir. Bist du ready? Nö. Ja, wie, nee? Du sagst mal dein Zwerg... Ich schubste ihn jetzt hier hinten. Ich schubste ihn jetzt hinter den Paladin. Er will nicht. Er läuft zurück. Ja, alles gut so. Ich töte ihn. Ja, kann ich nicht. Okay, mach go. Ja, dein Zwerg ist behind... Oh, Flugdinger, Flugdinger. Ja, ich mach Flugdinger. Na ja, gut, dann gehe ich hier deffen. Jo, die Dicke, Jogi! Äh, sobald du fertig... Oh my God. Ja, Jogi, sobald die Dicke... Kämpf gegen die Dicke... Weg, 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 weg. Sie sehen, das vollfühlt. Oh, Joga, andere Sachen. Joga, andere Sachen, was kommt so rüber? Ja, was, also ich hab' nicht umhilfegeschrieben. Ich hab' nur gesagt, Dicke. Jogi, du hast gesagt, du musst Flugdingern. Ja, ja, wie, ja. Ich hab' nicht! Äh, über dir sind noch Flugviecher. Ja, ich weiß. Die musst du mal machen. Ich halt meine auf, ich mach' ihm die Flugdinger. Ja. Ich mach' Flugdinger bei dir. Und dann bin ich einfach um die Wohnviecher. Juche. Juche. Das wird verschnüffters Löffel. Juche, 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 Juche. Halt die auf! Halt die auf! Ja, ich bin dabei. Oh, ich habe so einen komischen Totenkopf bekommen. Ja, schön, Big Mama. Oh, jetzt kommen schon wieder diese fette Säcke hier. Und die halten... Egal, immer Liebe auf dem Mann. Dann können wir... Dann bleiben die einfach stehen erstmal. Juge. Juge. Too much. Too much. Du hast ja auch noch einen Parler-Ton. Ja, den habe ich ja in letzter Runde hingestellt, als ich überrannt wurde. Juge. Aufgeladen Schuss, ey. Geh mal nach Hause. Hey, da drüben liegt noch eine Münze, nimm die mal. Ich glaube, damit kriegen wir Geld. Ja, warte, warte, warte. Ich klebe bei dir auch einen Paladin, ne? Äh, ja, Mama. Juge, wie geht schon weiter? Nicht cool. Nein, es darf noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin auch nicht mehr fertig. Einfach drauf, da. Juge, ich empfiehle dieser scheiß Boge, alter. Der ist voll Akku, der Boah. Jetzt stirb, ey. Oh. Aufgeladen. Juge. Schreckkacki auch noch nie aufgeladenen Schuss. Ist okay. Jawoll. Jawoll. Hier. Ich. Ich. Ist okay. Ja, dann, wenn alles okay ist, dann ist alles okay. Oh Gott. Nichts ist so. Ja, ich bin. Ja. Ich. Ich komme mal eben rüber. Ich verteile ein paar Herze. Da kommt ein Oga außerdem, ne? Bei dir. Ja, ich weiß. Aber dein Zwei. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich muss rüber zu gehen. Ja, was für einer. Zwei. Ja, bei mir sind auch zwei. Ich verteile einfach die Oga. Dann kippen wir ineinander. Nein. Nein. Kein Problem. Erster Oga down. So, jetzt ist der Zweite. Einfach die Liebe. Junge, bitte. Komm in da. Alter, dein Paladin hat schon irgendwie sowas Großes. Ich weiß nicht. Alter, Alter. Junge. Die kommen von dir rüber. Ja. Halt mal deine auf deiner Seite. Ja. Das ist eine Mauer hier. Ihr darf niemanden rüber kontrollieren. Peter, nicht rüber zu Nico. Bleib hier. Klaus, dir geliebt. Nein, Susan, du gehst da jetzt nicht rüber. Junge, Mann. Ist okay. Man kann kein Paladin auf der Brücke abstellen. Ich hab 5000. Gold. Junge, erst mal. Sauber, dicker. Sauber, sauber, sauber. Sauber. Ich stelle hier erstmal weiter mit dem Drehtürmchen auf. Juuuge. So, Drehtürmchen. Oh, ich hab nicht Glück, Mann. Ich will noch ein Drehtürmchen. Ähm, bei dir kommen sie. Ja, ja, aber nie. Aber pass auf, die werden gleich bei dir kommen. Oh, dinke, fette Oga schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder auf den Knack. Jo, äh, Fliegende. Kannst ganz kurz die Fliegenden machen. Ja, wie die Fliegenden? Ja, wie die Fliegenden, die Fliegenden halt. Äh, nein. Junge, aah. Stille, aufgelagener Schuss auf sie. Stark, stark. Ich glaube nicht, du darfst noch ein Drehtürmchen zu bauen. Meine schöne Barrikade. Äh, warum sind die Barrikaden? Ja. Ich brauch die nur abwenden. Ey, die Drehtürmchen ist immer mega geil. Junge, Junge. Junge, wieso kriegst du nicht so hin? Ey, du musst die Drehtürme rein. Die sind wirklich stark. Junge, die sind. Habe ich dir das Dach gebaut. Du hast diese Keule. Ja, den hab ich abgewollt. Das ist ja dein komisches Dingstag. Ja. Ja, das ist auch irgendwie... Äh, Digga, du solltest immer drauf achten, was so eine Hand kommt bei dir. Ja, bin ich dabei. Junge, die sterben bei mir alle und werden alle von den Drehtürmen aufgehalten. Ja, aber die Stun halten, schleudern die alle weg. Junge, das Glück bitte. Pick Mama. Junge, der guck durch. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich halt sie auf. Du Inkompetenzstück-Dreck, Alter. Ja, was kann ich denn da führen? Da ist doch... Da ist noch einer. Weg. Das war alles einsam, mein Alter. Junge, Junge, Junge. Ey, du hast hier oben auch noch solche... äh, vor dem Ding, wo die hinwollen, noch solche Fallen, die du aktivieren kannst, ne? Wo? Ganz hinten. Da oben an der Decke. Die kann man, glaube ich, wenn du die anschießt, zerstörst du die. So, ich brauche jetzt hier was laut. Genau. So, was brauche ich hier? Dann kommen sie hier hin. Zack. Dann kommen sie da hin. So, jetzt kommt hier die Imba-Abwehr wieder auf. So, okay, du kommst mal weg. Und dann kommt noch ein Paladin. So, Junge, ich bin ready. Mein Drehtürmchen mit meinen anderen Sachen werden jetzt alles zerstören. Ja, ja, ja. Äh, ja, doch. Junge, du brauchst ja hier eine richtige Barrikade auf, da drüben bei dir. Okay, Flugdinger. Erst die Flugdinger machen. Mach du deinen, ich mach meine. Ähm... Ja, wat? Ich mach deine scheiß Flugdinger nicht. Ich muss hier meine Abwehr halten. Ah, ja, Alter. Meine Abwehr ist direkt vor dem Portal aufgebaut, ja? Da geht nicht, Alter. Oh Gott, oh Gott. Junge, die Drehtürme OP. Sie zerstören alles in der Luft. So, meine scheiß fliegenden Kackdinger, Alter. Ich halt sie ab, ich halt sie ab. Nein, ich hab doch schon aus. Nein, da kommen schon neue bei dir. Ich mach die Flugdinger, weil meine Jungs sterben alle bei meiner Abwehr. Nein, die Zwerge sind so. Du kannst wirklich nicht um eine Paladin bauen, das ist dumm. So. Junge, was kommt denn jetzt alles? Junge. Mein Paladin ist tot. Ja. Okay, das ist doch voll... Ey, Drehtürme OP. Ja, da kommen auch wieder... Ja, gut, meine Drehtürme übernehmen schon. Jo, bei mir ist alles sicher. Ich mach die Flugviecher bis bei dir. Oh. Easy. 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 Jo, easy. Seh ich bei dir genauso. Jo, obwohl... Nee, komm. Ich brauch meinen Paladin hier. Die haben beide Paladine gekillt. Na, meiner lebt noch. Ja, aber meiner ist auch direkt vor der Abwehr. Oh, Junge. Abwehr aufbauen. Brennt, ihr Hunde. Brennt. Meine... Oh, jetzt kann... Oh, jetzt hab ich die Lava falsch gebrennt. Egal. Egal, 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 egal. Ja, bei mir kam so Big Mama. Ja, ich wollte aber einen Paladin bauen. Jetzt rennen die einfach durch meine Kriegkürme und werden getötet. Aber dann wird die zweite Welle immer durch. Oh, Junge. Die muss immer ausbauen, Junge. Das ist ja ganz anders. Aber diese Drehdinger sind einfach auf B. So, weg. Geh. Flug, 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 Flug. Ja, ja. Auf Flug. Jo, alles bei mir. Jo. Ja, dein Zwerg ist tot und mein Paladin. Ja, der ist die ganze Zeit tot. Ja, bei mir der Zwerg. Wie? Du hast Olaf 5 sterben lassen. Ja, Olaf 5 gut hat er tot. Er war ein schlechter Brunner. So, los, Jungs. Ja, Drehkürmchen wie der Allakt. Junge, was dann die ein Yoga. Ja, sag ich doch. Junge, verdammt. Junge. Drehkürmchen. Ja, was dann. Oh, Gott. Fress, 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 Oda, Alter. Okay, ich mach jetzt einfach meine Paladinchen wieder aufbauen. So, jetzt letzte Runde, ne? Meine Paladine stehen wieder. Zwei neue Stehenz, weil ich wieder ins Boot bin. So, wieder den Oga. Scheiße, noch ein Oga. Junge, Junge, Junge. Was kann der Oga auf mich? Camp talking down. Der Oga geht wohl in die Barrikade. Was? Oh, Flugdinger, Flugdinger, Flug. Ja, nichts Flug. Oga. Flug. Oga, wenn man hier durchdreht, habe ich eh aufgehalten und Paladine. So. Junge, hältst du mal deine Flugdinger auf? Ja, ja. Ich will das nicht machen müssen. Meine Abwehr, dann sterben wieder meine Paladine. Ist schon. Alles. Ja, es gibt, dass du deine Säure hier in Gewacke und was hast. Ja, die ist laut, doch bist du. Das ist das Gute. Junge, 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 Junge. Junge, einfach noch mehr Paladin. Junge, ich will das nicht mehr tun. Wie du bist du? Junge, ich will einfach die ganze Zeit. Die töten meinen Paladin. Junge, wie viel Damage machen die. Ey, ich baue Paladin hin, fünf Sekunden später ist wohl. Wo hab ich's nie aufgebaut? Da kostet 1200. Alter, Junge, wie viel großes Vieh. Ey, pass auf, das werden das bei dir genau solche. Ich will das nicht mehr im großen Sinn. Junge, ich bin schon hier. Junge, wie du bist dumm. Junge, jetzt doppelst du dann. Junge, ich helf dir da mal wieder. Junge! Ich steh mal gerne noch hinten bei meinen Drehtürmen, Junge. Sie sind alle tot schon. Das ist Botenkart. Müll. Ja, also. Junge, hier, nimmst du Paladin, Alter. Da steht er. Das ist stark, Alter. Easy, Alter. Puh, Alter, wachst du runter. Ich konnte die nicht so schwer. Also bei mir war das ganz gut gechillt. Also an mir liegt's nicht, dass wir keine... Nein, wie oft bist du gestorben? Einmal, einmal. Äh, Deckenfalle. Anschließend um Felsfrocken auf Gegner fallen zu lassen. Ja, die hatten wir grad hinten bei unserem Verteidigungsding. Ähm, die wir nicht genutzt haben. Aber gut. Man sieht sich beim nächsten Mal. Bis allen. Ciao. Ciao.